Unter den großen deutschen Renaissance-Künstlern ist Hans Baldung, genannt Grin, ein besonders vielseitiger und eigensinniger gewesen. Sein erhaltenes Werk ist recht umfangreich, doch über sein Leben weiß man nur wenig. Wahrscheinlich wurde er 1484 oder 1485 in Schwäbisch Gmünd geboren. Über seine Eltern ist nichts bekannt, doch waren einige enge Verwandte gebildete und hochgestellte Persönlichkeiten. Von früh an hatte Baldung Umgang mit humanistischen Gelehrten, was ihn und sein Werk maßgeblich prägen sollte. Um 1503 begab sich Baldung nach Nürnberg, vermutlich angezogen vom Ruf des damals schon berühmten Albrecht Dürer. Rund fünf Jahre scheint er Geselle in Dürers Werkstatt gewesen zu sein. In dieser Zeit erhielt er den Beinamen Grin, was auf eine Vorliebe für die Farbe Grün hindeuten mag. Noch viele Jahre später erwähnt Dürer Baldung in seinem Tagebuch und nennt ihn den Grünhans. Das Vorbild Dürers ist in Baldungs Werk über viele Jahre hinweg spürbar. Nicht selten setzt er sich aber geradezu demonstrativ von ihm ab, um seine Eigenständigkeit zu betonen. Ob sich die beiden Künstler nach Baldungsrückkehr von Nürnberg nach Straßburg noch einmal begegnet sind, ist unsicher. Doch erhielt Baldung nach Dürers Tod eine Locke vom Haupt des Verstorbenen. Sie gilt als Beleg andauernder Verbundenheit. Zu den bedeutendsten frühen Aufträgen Baldungs zählt der 1507 für den Magdeburger Erzbischof Ernst von Sachsen entstandene Sebastians Altar. Er fand in Halle Aufstellung, wo Ernst bevorzugt residierte. Auf der Mitteltafel hat sich Baldung direkt hinter dem heiligen Sebastian stehend selbst dargestellt, wohl nicht zufällig in einem grünen Gewand. Der erst 22-jährige Künstler tritt hier ähnlich selbstbewusst auf wie Dürer auf verschiedenen seiner Bilder. Fast noch auffälliger als dieser rückt er sich ins Zentrum des Geschehens. Während seiner Nürnberger Zeit ist Baldung nicht nur als Tafelmaler und Druckgrafiker tätig, er zeichnet auch Entwürfe für Glasgemälde. Man vermutet heute sogar, dass er in der Hirsvogel-Werkstatt eigenhändig Glasmalereien schuf. Ein Beispiel ist das Löffelholzfenster in der Nürnberger Lorenzkirche. Neben dem Wappen des Stifters Dr. Johann Löffelholz zeigt es Szenen der Menschwerdung Christi. Dargestellt sind die Verkündigung, die Geburt und die Anbetung der Könige. Er heiratet Margarete Herrlin, die aus einer angesehenen Straßburger Familie stammt. Außerdem gründet er seine eigene Werkstatt und erhält rasch bedeutende Aufträge. So malt er etwa für den badischen Markgrafen Christoph I. ein großes Votivbild, das die ganze markgräfliche Familie in Verehrung der heiligen Anna-Sebdritt zeigt. Diese sogenannte Markgrafentafel wird seit Eröffnung der Karlsruher Kunsthalle 1846 als eines ihrer wertvollsten Exponate angesehen. Im Laufe des Jahres 1512 zieht Hans Baldung Grin mit seiner Frau nach Freiburg im Breisgau. Anlass ist der prestigeträchtige Auftrag für das Hochaltaritabel im dortigen Münster. Seine Werkstatt richtet der Künstler im Franziskanerkloster ein. Rund vier Jahre arbeitet er mit mehreren Mitarbeitern an dem großen Klapp- oder Wandelaltar, der bis heute an seinem ursprünglichen Ort steht und ohne Zweifel ein Hauptwerk seines malerischen Schaffens ist. Die prachtvolle Mitteltafel zeigt bei geöffnetem Zustand die Marienkrönung. Auf den beiden Seitentafeln sind jeweils sechs Apostel dargestellt. Ein hervorragendes Beispiel für baldungschöpferische Fantasie sind die ausgelassen herumtollenden Engel. In der Weihnachtszeit werden die Flügel des Altars geschlossen. Die vier dann sichtbaren Tafeln zeigen weitere Szenen aus dem Leben Marias. Die Verkündigung, die Heimsuchung, die Geburt Christi und die Flucht nach Ägypten. Auf der bemalten Rückseite des Retabels hat sich der Künstler auf mehrfache Weise verewigt. In Form eines Selbstporträts, eines Täfelchens mit seinem Monogramm HBG und einer lateinisch abgefassten Inschrift, die übersetzt lautet Johannes Baldung mit Beinamen Grin aus Gmünd schuf es mit Hilfe Gottes und eigener Kraft. Baldungsgut 5 Freiburger Schaffensjahre waren überaus produktiv. Neben dem Hochaltar entstehen hier anrührende Gemälde für die private Andacht. Glasgemälde, die zu den schönsten der Renaissance zählen. Holzschnitte in einer neuartigen, expressiven Bildsprache. Charaktervolle Porträts, düstere Allegorien auf Vergänglichkeit und Tod sowie die irritierend drastischen Hexenzeichnungen. Es ist die ganze Bandbreite von Baldungs Themen zwischen heilig und unheilig, die einem hier bereits entgegentritt. 1518 kehrt Baldung nach Straßburg zurück und erlebt während der nächsten zehn Jahre den allmählichen Durchbruch der Reformation, die für viele Künstler durch das Wegbrechen kirchlicher Aufträge eine existenzielle Bedrohung darstellt. Nicht so für Baldung, der sich schon längst auch mit profanen Sujets befasst hat. Nun wendet er sich verstärkt Motiven aus der antiken Mythologie zu. Es entstehen viele Aktdarstellungen, aber auch weiterhin Bilder mit religiösem Motiv, die wohl teils für altgläubige Auftraggeber, teils für Anhänger der neuen Lehre gemalt wurden. Stilistisch macht sich Baldung schrittweise von den Idealen und Regeln der Renaissance frei, so behandelt er Anatomie, Räumlichkeit und Kolorit in freier, teilweise exzentrischer Weise. Man kann daher von einem Hang zum Manierismus sprechen. Trotzdem bleibt Baldung ein genauer Beobachter der Natur. Davon zeugt das berühmte Karlsruher Skizzenbuch, in dem Studien verschiedener Schaffensphasen zusammengefasst sind, die er teilweise für seine Gemälde nutzte, so etwa Bildnis, Tier- und Pflanzenzeichnungen für sein letztes datiertes Gemälde, »Die sieben Lebensalter der Frau« von 1544. Dieses Bild kann als eine Art Summe seiner langen Beschäftigung mit dem Thema der Vergänglichkeit angesehen werden. Das Skizzenbuch enthält auch mehrere Ansichten Straßburgs, so etwa den Blick auf die nördlichen Stadtteile, gesehen von der Plattform des Münsterturmes aus. Hier liegt auch die vornehme Brandgasse, die heutige Rue Brûlée, in der Baldung wohnte. Andere Skizzen belegen, dass Baldung das Elsass, Schwaben und die Nordschweiz bereiste, wo er jeweils Landschaften und Burgen zeichnete. Von großen Reisen, so etwa nach Italien oder in die Niederlande, ist hingegen nichts bekannt. 1545 stirbt Baldung im Alter von 60 Jahren in Straßburg als angesehener und wohlhabender Bürger. Er hinterlässt ein ungewöhnlich vielfältiges, oft rätselhaftes Werk. Beispielhaft ist der Holzschnitt der behexte Stallknecht, der bis heute zu unterschiedlichen Interpretationen herausfordert, in dem es aber offenbar um Dämonie und animalische Triebe, um die Nachtseiten des menschlichen Lebens geht. Baldungsbeschäftigung mit Grundfragen der Existenz macht ihn zu einem bis heute faszinierenden Künstler. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Außerdem bei Krisen, jW Св guessing undthismeric Künstler. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das V들을emmelet Satanische ZDF für funk, 2017 Und das ZDF für funk, 2019 Untertitelung des ZDF für funk, 2017